jo moin leute herzlich willkommen zum großen preis der algarve portugal das rennen heute los geht's heute um 16 uhr das rennen gewinnt max verstappen dahinter sein teamkollege checko perez dritter lewis hamilton vierter valdery botas fünfter pierre gasly sechster wird charles claire dahinter slender norris und achter yuki zunoda so das war's vom rennen großer preis der algarve portugal lasst einen like da lasst einen absoluter tschau